Am 17. Juni ist es soweit. Bei Drive of Champions in Oberhausen wird der Prinz der Sterne, Levaniel, auf Norman Harras treffen. Und Norman, die Stipulation des Matches müsste dir ja mittlerweile schon bekannt sein, oder? Selbstverständlich ist mir die Stipulation bekannt. Selbstverständlich weiß ich, worum es geht und selbstverständlich weiß ich, was auf dem Spiel steht. Aber ich sag das gerne euch. Ich sag's gerne dir, Levaniel. Wir können uns an den Handgelenken zusammenbinden. Wir können das Strap-Match machen. Aber, mein Lieber, ich hab schon ganz andere Schlachten geschlagen. Ich habe mit Jörn Simmons einen dreifachen Unified Champion besiegt. Ich habe die Lumberjacks überstanden. Ich weiß, was es heißt, Qualen zu erleiden und weiterzugehen, als je ein Mann gegangen ist. Also, Levaniel, du kannst gerne, gerne versuchen, mit mir mitzuhalten. Aber da muss der Stern schon in ganz andere Sphären steigen. Also, Levaniel, du kannst gerne, 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 gerne